So, wir sind gut in Phuket gelandet und haben jetzt quasi unseren Transfer Shuttle in unser Ban Resort Kaolak Hotel oder so ähnlich. Und ja, hat alles super geklappt. Wir fahren hier durch eine wunderschöne grüne Vegetation. Das müsste ziemlich schon bald der Beginn des Nationalparks sein in Kaolak. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt endlich ans Meer und das schaut alles super grün aus und nicht so verbrannt. Ja, toller, toller erster Eindruck. Und uns geht's gut. In diesem Sinne, müde. Bis später. See you. Bis später.